nein nein das ist die mission ich habe gedacht das wäre vorbei an der stelle mal gucken wie das jetzt ist wenn wir auf das schiff sogar noch darauf müssen und dann von dem schiff auf das große bei der marme wie vorher das ist genau so leicht hier ja oder stimmt waren ja nie auf dem schiff wir waren ja immer auch in sind auf dem schiff drauf ach so aber letztes mal waren wir aus der kiste rausgekommen als ob ich tot bin ich bin auch fast gestorben jetzt schaff es nicht und guck wo du rauskommst nicht vergessen wir müssen die pläne fälschen ohne dabei aufzufallen ach so wir sind direkt hier unten drin ja geil da wo was wir niemals damals machen mussten ist ja egal wir wissen was wir machen müssen ja geil trotzdem ja wo sind wir denn ich kenne die stelle nicht mal was ist das jetzt genau jeder hin da wo du hier links lang ja ja ich bin dabei obwohl da kommt gleich die wache auf dich zu ich hänge ich habe es geschafft ich wollte gerade sagen warte du hast keinen du hast niemanden bitte mach keinen fehler jetzt als ob er dich gesehen hat mich hat er nicht gesehen mich auch nicht doch muss aber also sterben gehen alles klar nein was machst du denn ach so okay neu starten aber wir haben ja jeden gegner getötet deswegen habe ich gesagt lasst neu starten hier außen sind die gegner da getötet ach man das ist mein leben ich hätte gern gold ich würde an der stelle auch dein leben haus ja glaube ich warte ne also der typ der dude muss noch kurz an eine andere stelle gehen warte kurz warte noch drei zwei eins jetzt sehr gut jetzt heißt es schön jetzt war schon fast zu laut du feierst sie dann ab ja ja also machen wir das wieder mit den ganzen mit den drei captains oder ohne captains das machen wir mit den drei captains naja also wie damals ja das muss sein allein schon für die mission das heißt du denn wie viel zeit haben wir denn noch drei minuten junge das können wir sogar schaffen aber es ist viel zu schwer drei minuten zwei drei leute bestehen naja dann schaffen wir das nicht du weißt noch wo es lang ging ja ich mache den ersten du machst die anderen zwei und das ding und ich das hätte ich krass sind ja gott verdammt groß in dem spiel gut da die mission haben wir auch weiß nicht 100 mal fuck ich jetzt auch hinter dir sollen ach komm übertreibt doch nicht und feierabend mit mir geht doch da hoch ich bin tot oh der typ läuft ja woanders da lang ich muss in 10 sekunden respawn das sieht schon ganz schlecht aus der typ läuft woanders da lang ich stehe mal einen trank mit ich stehe ich stehe guck mal hier unten ist das zepter also von hier ist am besten sogar rein zu gehen er klaut da jetzt pass auf hier ist ein typ drin ich weiß gar nicht wie ich hier rauskomme links links ich weiß gar nicht wo ich bin gerade bei dem flug aber ich bin in der mitte ich muss auf das ist ein ganz anderes flugschiff ja sorry dass wir jetzt noch orientieren muss vielleicht auch unterschrieben zu sterben mal probieren oh ja oh schön feuerabend ich wollte mich beeilen ich wollte mich beeilen ich wollte mich beeilen Junge wenn die maus noch einmal in die mitte davon geht Junge wenn die maus noch einmal in die mitte davon geht ne das ist nicht so gut programmiert ach der kann da nicht hoch ist gut zu wissen so ja wo kann man nicht denn jetzt hier rum alter wo geht denn der jetzt lang wenn der jetzt nach rechts geht scheiße ne ist jetzt nicht passiert oh man nein du Hurensohn Leute die Mission könnte viel schneller gehen achso der hält sich da nicht fest also ich hoffe du hast den da jetzt bald immer ne du kannst aber schon mal zum Zepter gehen ja bin ich ja schon deswegen fall ich ja achso sorry aber es ging nicht anders ich beeile mich jetzt auch boah das schaffe ich nicht so schnell bin ich nicht ich muss den hier drin abfangen ich muss jetzt das dauert jetzt mindestens noch mal soll ich safe machen oder nicht safe mach safe ok ja dann muss ich nochmal dann muss es dauert es wenn ich safe machen soll äh ja hab ich jetzt vielleicht verkackt wieso was denn weil ich probieren wollte ob ich schon weiter runter zum Zepter kann aber ich muss das in einem Run machen bin aber safe ich warte jetzt bis der Dude kommt ja stell du dich schon mal in Position naja ich muss ja danach einmal über die ganze Map rennen ich hoffe auch dass mit meinem also das kann auch sein ich habe mein Mikrofon jetzt auch mal runter gestellt ich bin grad so am Mikrofon fixen damit das auch alles so einigermaßen passt jetzt in den Aufnahmen weil in den manchen Aufnahmen bin ich halt einfach viel zu laut alter Junge was ist denn los mit dir also kommt der jetzt hier lang ich habe den hier noch nie bestohlen deswegen weiß ich auch nicht wie der läuft muss halt stehen bleiben ja ja ich weiß aber ich hoffe der Dude kommt auch hier rein war ich hier irgendwas klauen oh ja jetzt kommt der hier rein bitte ja er kommt hier rein und geht weiter nein den kann ich nur an einer Stelle bestehlen kannst du auch einen töten nein ich schaff das kannst du den Typen auch töten weil wir haben ja schon einen Tod also kill ich hab's ich hab's puh ich hab's geschafft du bist dran mein Schatz ja er hat's du Hurensohn ah lol achso ah jetzt weiß ich ja was passiert stimmt ja kam erst die Zwischensequenz das get out krasser boy das ist witzig weil ich die eine Kleidung anhabe ne steckte die einfach so wieder an den Arm dran grade mmmm mit dir und deinem verdammt magisch. Ein Gubbeln-Gobbeln, oder? Ja, ich kann sprechen. Bist du! Kannst du es in ein Sandwich ändern? Ich habe ein Essen. Das System ist fantastisch. Nicht persönlich. Oh. Also, du benutzt Ember, oder? Bist du? In fact, es ist personal. Was ist passiert? Ein Gubbeln! Er hat ein Scepter! Alarm! Er ist auch so ein Alarm. Alter. Ich will dich finden, und ich werde das Scepter, wo der Sonne nicht schreien. Oh ja. Sehr gut, dass ich gerade... Oh, schön, der hat mich gesehen. Ich habe ein Problem, ich werde jetzt sterben. Ich bin tot. Okay. Wir haben achtmal Alarm ausgelöst. Das heißt, wir sind noch nicht im Minuspunkt. Stimmt. Ja, ja. Das war Mission drei oder viermal, wo wir das geschafft haben. Wo wir irgendwie, keine Ahnung, wie wir auf den Alarm ausgelöst haben. Also, ich habe nichts gemacht. Ich weiß, der wollte einfach nicht in die Richtung, wo ich hingeklickt habe, springen. Keine Ahnung, was da los war. Sag aber, wenn du soweit bist, weil dann gehe ich hier raus. Ja, es ist lieber jetzt safe zu bleiben, ne? Ja. Ah, Schnelligkeit Silber ist auch raus. Außer wir haben jetzt nochmal doppelt so viel Zeit fast, um jetzt nur noch eine Sache machen zu müssen. Geil, du kannst rauskommen. Das mit der Zeit stört mich immer noch an dem Spiel. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich schwer. Ich glaube, hier kommen wir raus. Ja, hier kommen wir raus. Komm. Da drinnen ist eine Leiche. Also, hinter dir. In dem Schrank zum Beispiel. Hast du hier versteckt, oder was? Nein, nein. Die ist da schon. Das hat er eben gesagt. Achso. Oh Mann. Also, stopp. Wir machen das gerade. Alter. Ich habe die beiden fast aufgeschreckt, weil ich die Studium geworfen habe. Was haben wir jetzt bekommen? Gut, dass der uns an der einen Seite nicht so gut sehen kann. Alter Verwalter. Bepiss dich! Äh, die haben dich, ne? Ne. Okay. Jetzt haben sie mich. Jetzt bin ich schon. Wenn die jetzt zu zwei Seiten kommen, ne, bin ich gearscht. Okay, ne, jetzt sind sie nicht, oder? Sind sie noch? Doch, sie sind immer noch gepullt. Sie suchen dich immer noch. Also orange, gelb heiß, sie sind wachsam. Orang scheiß, sie suchen nach einem und rot ist. Sie haben dich gesehen und wollen dich ficken. Ähnlich wie Assassin's Creed. Ja, aber bei Assassin's Creed kannst du dich zumindest wehren, parieren und töten. Hier in der Schwierigkeitsgrad-Stufe kriegst du direkt die Schelle in die Fresse und kannst nicht blocken. Jetzt hör auf, einzu- Das funktioniert jetzt nicht. Okay, das funktioniert jetzt nicht. Hallo René? Okay. Geht ab. Oh, shit. Nein! Ich bin aus der Gerant! Schaffst du's da hoch? Jetzt hör endlich mal auf, als die scheiß Wachen aufzuschrecken. Ich mach nichts. Ich mach nichts! Sie können mich gar nicht sehen! Nein! Okay, okay. Ich bin tot. Ich bin tot, ne? Vier. Ich bin wieder in dem Raum. Nee, nicht dein Erd. Du bist so ein Drecksbauer, Alter! Ich? Ja! Okay, play again. Ey, 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 ey! Bevor du jetzt schon wieder wegrennst, wenn du hier hochläufst, bist du genau da oben, wo wir eben gerade waren. Lauf! 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 Wir sind so am Arsch! Nein, die sind nicht! Wir will jetzt nicht so trocken! Chill jetzt! Spawn, Junge und renn hier raus! Nein, da links ist ne Wache! Die hat mich eben schon abgeschlitzt. Die hat uns aber nicht mehr auf dem Visier. Doch! Ja! Moin! Junge, Junge! Bizarre! Bizarre! Oh, hier oben ist voll safe! Du kannst einfach mal hochgelaufen kommen! Ah, ne, jetzt laufen sie auf einmal weg! Jetzt lauten sie wieder hoch Aber guck mal, hier oben ist auch safe Hier, guck mal hier rechts Das ist auch eine safe Stelle Also, wenn du erstmal safe bleiben willst Oh nö, komm einfach hinter mir her Ja Da oben müssen wir hin Aber wie kommen wir da oben hin? Das, ah, das war richtig behindert Das weiß ich noch, wir müssen innen lang gehen Jetzt ist die Maus schon wieder in der Mitte Ich flippe nur aus Wir müssen innen lang gehen Ja, bleib doch mal unten Die suchen uns doch noch Einer von uns muss safe bleiben Was ist denn mit denen los, Alter? Kannst du da auch lang klettern, wo ich lang geklettert bin Und dann ist da wieder so eine safe Unterführung Bist du safe? Hier ist eine safe Unterführung, ja Das weiß I know this Stelle Ich hab das, normalerweise hab ich das doch mal gemacht Oh, spring einfach, oder? Heiß drauf Das weiß ich noch Stopp, nicht da runter, nicht da runter Da, wo wir auch vorher waren Ja, du musst jetzt hier oben rein in die Tür Du musst jetzt zu schieben Das ist einfach zu warten und safe zu bleiben Weil direkt da hinten gegner aggressiv sind Na, die backen Hier sind aber Dudes drin Eigentlich Ich geh rechts da Bei mir ist ein Dude Ja Pass auf, da kommt, rennt einer Bist du tot? Nö, ich hab einen getötet Pass auf, auf dich kommt einer zu Sei nicht tot Dieser Mixer sucht mich Ja, wir haben es geschafft Ja, endlich Ja, ich hab's geschafft, oder? Ja, ich hab's geschafft, oder? Ja, ich hab's geschafft Mit alten Folgen Ja Also mit unseren Noob-Folgen praktisch Wobei das jetzt auch gerade nicht grandios war Aber da waren wir noch ein bisschen unerfahren Und dann schlechter Vor allem war das jetzt auch nicht so geil So kannst du jetzt ehrlich sein So, auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zusehen Warte, Stopp Vielleicht kommt noch unsere Zwischensequenz Ich glaub nicht Auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zusehen Bis zur nächsten Folge Sticks Macht's gut, Leute Tschüss Tschüss